sehr herzlich gegrüßt zu furchtlöscher der heilige geist ist der beste seelsorger ich war relativ jung in den anfängen meines dienstes und eine junge dame kam zu mir in die seelsorge um rat zu erbitten sie war ganz frisch mit jesus unterwegs und sie hatte jesus wirklich lieb unbedingt aber sie lebte mit einem mann zusammen mit dem sie nicht verheiratet war und natürlich als junger pastor ich wollte alles richtig machen ich wusste das ist moralisch nicht in ordnung die bibel sagt was völlig anderes über das zusammenleben und ich hatte mir schon die richtigen bibel verse gesucht das richtige zusammengelegt um jetzt ihr ins gewissen zu sprechen und während sie vor mir saß spüre ich diese diese stimme des heiligen geistes die zu mir spricht nicht jetzt ich werde zur richtigen zeit in ihr leben sprechen und den fehler korrigieren ich war innerlich war ich nicht wirklich happy weil ich dachte habe ich deine stimme gehört ich denke man muss hier klar mit ordnung und mit recht arbeiten und ich spürte diese stimme des heiligen geistes die so voller liebe und barmherzigkeit war und ich lernte eine wichtige lektion menschen müssen lange genug von gott geliebt werden bis sie fähig sind die falschen dinge aufzugeben hier kann religiöse rechthaberei so viel schaden anregen gott sieht das herz jedes einzelnen und er weiß wie es um dich steht und wann der richtige zeitpunkt für eine lebenskurs korrektur gekommen ist jeder von uns trägt zwei lebensweisen in sich auf der einen seite ist da das innere leben unsere haltung unsere motivation unsere gedanken unsere gefühle was die bibel unser herz nennt und dann gibt es das äußere leben nämlich wie wir uns nach außen hin geben reden und handeln und tatsächlich gott ist viel mehr in unserem inneren leben interessiert warum und wofür willst du leben als kind gottes gehören wir natürlich zu gott sein geist lebt in uns und der heilige geist ist derjenige der uns zeigt wie göttliches leben funktioniert er verändert sowohl unser wollen unser denken und schließlich auch unser verhalten und irgendwann sehen dann sogar die außenstehenden dass hier eine göttliche veränderung in uns stattgefunden hat gerechtigkeit friede und freude und liebe all diese tugenden und lebensweisen des reiches gottes werden an uns sichtbar gott hat uns dazu bestimmt in freude und in frieden und in gerechtigkeit zu leben so heißt es in römer 14 vers 17 und du merkst sofort wo diese freude irgendwann in deiner nachfolge verloren geht da stimmt irgendwas nicht und da versucht sich der heilige geist aufmerksam zu machen zuerst wird der heilige geist immer in diesem veränderungsprozess unser denken anpacken und uns gottes standard zeigen römer 12 vers 2 spricht hier davon prozesse die zeit brauchen veränderung brauchen stück für stück ungöttliches altes denken rauswerfen und uns göttliches leben und göttliches denken hineingeben und immer wenn du merkst du bist nicht mehr in diesem in dieser spur gottes kommt so ein unwohlsein auf dich der heilige geist in dir reagiert und er ist der indikator dass irgendwas falsch läuft und du merkst diese überführung deines herzens eine korrektur die der herr gibt wenn du dann gottes herz suchst und vergebung suchst dann er merkst du wie der friede gottes sich wieder einstellt das heißt die entscheidung die du triffst ist ich will mit gott leben und ich will dem heiligen geist erlauben mich zu führen und er führt dich in alle wahrheit und er führt dich durch seinen frieden der höher ist als unsere menschliche vernunft die frau kam nach wenigen wochen und berichtete mir sie sagte ich habe mich von diesem jungen mann getrennt schaut die serien sagte was was ist passiert sie sagt wir hatten ein gespräch und er sagte mir dass er jesus in unserer beziehung nicht haben will und ich antwortete ihm es gibt nur mich plus jesus uns gibt es nur im doppelpack und das führte dazu dass er sich von mir getrennt hat und sie sagte das so fröhlich dass ich merkte ihr herz war gelöst die liebe gottes hatte sie satt gemacht und deshalb konnte sie loslassen der heilige geist kann so viel mehr in dir zum guten bewegen als du es mit rechthaberei und gesetzlichkeit selber kriegst also sei entspannt und freudig mit dem heiligen geist unterwegs zu sein auch heute sei gesegnet vielen dank dass sie unseren furchtlöscher kanal besuchen es ist unser ziel ermutigung und freude am glauben weiterzugeben mit einer monatlichen spende von zehn euro helfen sie uns diese wertvolle arbeit weiterzumachen gemeinsam für gottes reich gott singt